Die Schweden übernehmen jetzt die EU-Ratspräsidentschaft und deswegen bin ich in Stockholm, um Gespräche zu führen. Und ganz wichtig ist den Schweden, dass Europa wettbewerbsfähig bleibt. Eine klare Absage gibt es Anträume von Emmanuel Macron, die er regelmäßig in der Sorbonne äußert. Man will keine dauerhaften Beihilfen, man will keine Schuldenfonds, man möchte, dass die Länder endlich mal Verantwortung übernehmen und auf ihren eigenen Beinen stehen. Übrigens ein Mantra, das wir als AfD ja von wirklich an Beginn unserer Gründung vor uns hertragen. So kann die Europäische Union eben nicht funktionieren. Ein weiterer riesengroßer Punkt, den die Schweden haben, das ist die grüne Veränderung, die grüne Transformation. Die wird aber völlig anders verstanden, interessanterweise hier, als in Deutschland. Während in Deutschland sich alles um Verbote dreht und Fit for 55 und wie die Programme alle heißen, setzen die Schweden darauf, dass man investieren muss in Forschung und Entwicklung, damit man Marktführer wird. Und dann ist die grüne Entwicklung zum Beispiel von CO2-Verkappung oder eben der Produktion von synthetischen Kraftstoffen eben für alle gewinnbringend, weil daraus eben ein Wettbewerbsvorteil entsteht. Eine Denkweise, die ich zumindest im Rahmen der sogenannten grünen Transformation in Deutschland noch kein einziges Mal gehört habe. Da geht es nur um Verbote, da geht es nur um Deindustrialisierung, da geht es nur um Abschaffung von Wohlstand, den die Schweden Gott sei Dank nicht loshaben wollen. Ja, weitere große Themen sind natürlich in der Ratspräsidentschaft die Ukraine-Frage. Man ist davon überzeugt, dass man der Ukraine intensiv unter die Arme greifen muss, damit es ein Verhandlungspotenzial auch gerade gegenüber den Russen gibt und damit diese sozusagen sich keine Gebiete einverleiben, die ihnen nicht zustehen. Tja, und das letzte große Thema, was natürlich auch aufgemacht werden wird und übrigens auch am 9. Februar bald eben in die Diskussion kommen wird, das ist die Frage der Migration. Wollen wir tatsächlich Migration nach Europa in dieser Form haben oder was brauchen wir eigentlich dafür, um diese zu verhindern? Und die Schweden stehen hier stark auf diplomatische Seite und sagen, wir brauchen Rückführungsabkommen. Wir müssen auch Entwicklungshilfe an die Bereitschaft von Ländern koppeln, ihre Leute zurückzunehmen, die hier nichts zu suchen haben. Und manchmal habe ich mir im Herzen gedacht, warum gibt es eine Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin und in diesem Fall keinen Schweden. Wenn wir ein paar Abstriche machen in Bezug auf dann doch eine, doch große Gläubigkeit an die Europäische Union und eben auch an die grüne Transformation, wo man ja auch die schwedische Wirtschaft ein bisschen verstehen muss, die haben sich ja gerade auch in diesem nachhaltigen Energiesektor versucht, einen Wettbewerbsvorteil bereits zu erarbeiten. Ja, wenn diese beiden Abstriche nicht wären, dann wären das ja die perfekten Präsidenten, sage ich jetzt mal, der Europäischen Union und der Zusammenarbeit. Dann wären wir als AfD auch nicht so unglücklich mit der Art und Weise, wie es in der Europäischen Union funktioniert. Sparen, sich auf Wettbewerbsfähigkeit und den internen Markt konzentrieren und vor allem keine Luftschlösser ideologischer Natur bauen. Das sind die drei Hauptprinzipien der schwedischen Ratspräsidentschaft und von unserer Seite kann man dafür nur viel Glück und Erfolg wünschen.